Die TZ ist erstmal Theologische Zusatzqualifikation. Als erstes war es auf einmal dieser Name, TZ, Theologische Zusatzqualifikation, oder viele auch technisch zeichnen irgendwie drunter verstanden. Oh mein Gott, da wird man bestimmt total bekehrt. Ich habe gedacht, da sind vor allem sehr fromme Studierende, vielleicht auch fromme Lehrende. Ich habe am Anfang gedacht, TZ ist was, da muss ich sehr gläubig sein und hatte da so ein bisschen Hemmungen. So war es dann aber letztendlich gar nicht. Und es ist überhaupt nicht das größte Kriterium, dass man unbedingt christlich sein muss oder katholisch, sondern ich darf sein, wie ich bin.